Bitcoin-seitig gibt es wieder einige wichtige Daten, die wir besprechen sollten. Wir sehen bei dem ETH-Spot ETFs einige Veränderungen. Wir gucken uns die Nvidia-Zahlen an und es gibt einen neuen Gesetzesentwurf in den USA, der alles vorantreiben kann. Lasst schnell noch einen Daumen nach oben da und wir starten natürlich direkt rein und gucken uns als allererstes mal die aktuelle Marktsituation an. Wir sehen es hier gerade schon, die Gesamtmarktkapitalisierung liegt bei ungefähr 2,6 Billionen US-Dollar, ein leichtes Plus von 0,42%. Bitcoin kämpft hier die ganze Zeit schon mit den 70.000 US-Dollar. Deswegen sehen wir hier gerade auch ein Minus von 0,32% und gerade in Vorbereitung auf den ETH-Spot ETF, der womöglich heute freigegeben werden könnte und das besprechen wir im Laufe des Videos nochmal in Ruhe, sehen wir hier nochmal ein Plus von über 5,76% alleine bei ETH. Genau an der Stelle starten wir natürlich einmal mit den On-Chain-Daten, die gerade mit am relevantesten sind. Wenn wir uns nämlich die Daten hier angucken, die hier sichtbar sind, dann ist gerade die Zurückhaltung spürbar. Ja, wir haben in den letzten Tagen den Bitcoin-Preis auf über 71.000 US-Dollar ansteigen sehen, doch wir konnten hier erst einmal nicht wirklich auf diesem Niveau bleiben und sind gerade eben unter diesen 70.000 US-Dollar oder immer wieder mit den 70.000 US-Dollar im Clinch. Und seit Oktober 2023 sehen wir eben, dass die Bitcoin-Liquidierungen unverhältnismäßig stark auf der Short-Seite stehen. Das ist bemerkenswert, da in den vorherigen Bullenmärkten, insbesondere bei den Höchstständen 2021, vor allem aber gehebelte Long-Positionen ihre Verluste hinnehmen mussten. Aktuell befindet sich Bitcoin in einem ruhigen, aber stetigen Aufwärtstrend. Viele Trader setzen jedoch auf fallende Kurse, was zu den genannten Liquidierungen führt. Und diese Entwicklung könnte darauf hindeuten, dass wir noch ziemlich weit von der wahren Euphorie-Phase des Bullenmarktes entfernt sind. Und dafür gibt es weitere ganz klare Argumente. Unter anderem sehen wir hier nämlich gerade durch die Daten der Short-Term-Holder, des MFRV und weiteren Indikatoren, dass wir uns gerade an der Grenze zwischen Enthusiasmus und eben Aufregung bewegen. Aber dass wir eben noch nicht wirklich in diese Euphorie-Phase gekommen sind. Und diese Phase ist oft durch einen sehr, sehr starken Bitcoin-Preisanstieg und durch einen massiven Zustrom neuer Investoren gekennzeichnet. Und sollte dieser Trend in der Form anhalten, könnte die Auswirkung auf Bitcoin unglaublich massiv sein. Denn diese Euphorie-Phase, wenn diese eintreten sollte, könnte nicht nur den Bitcoin-Preis weiter steigen lassen, sondern würde auch automatisch die Nachfrage nach Bitcoin deutlich erhöhen und natürlich auch dadurch deutlich mehr mediales Interesse hervorrufen. In dem Fall werden also mehr neue Investoren in den Markt geleitet. Wir haben mehr Liquidität. Wir haben mehr Short-Positionen, die liquidiert werden. Und dann bekommen wir eben auch im weiteren Atemzug einen deutlich stärkeren Aufwärtstrend, den wir erst einmal aufrechterhalten können. Und diese Tendenzen sind erst einmal sehr, sehr bullisch. Und wenn du dich mit Marktschwankungen bestmöglich auskennst, dann solltest du jetzt die Chance nutzen und dich über den ersten Link in der Videobeschreibung mal bei Margix anmelden. Hier bekommst du bis zu 10.000 Euro an Bonus. Check die Plattform gerne mal aus, falls du als Trader aktiv bist. An der Stelle sollten wir uns natürlich weitere wichtige On-Chain-Daten angucken, die uns dabei helfen, die aktuelle Situation und den Status Quo besser zu verstehen. Unter anderem können wir einmal darüber sprechen, dass immer mehr Investoren etwas unsicher sind, wie lange der Bullrun noch anhalten kann. Wenn wir uns in dem Atemzug den 30-Tage-Durchschnitt des MVV-Set-Score angucken, dann sehen wir, dass wir hier noch richtig viel Platz nach oben haben. Gerade Anfang des Jahres lagen wir hier bei einem Wert von ungefähr 2,76. Und wenn der MVV-Set-Score den Wert von 5 überschreiten würde und wir eine massive Bullenkerze quasi sehen würden, also eine wirkliche Bitcoin-Preisexplosion, auch dann würde es immer noch so sein, dass wir mindestens 6 bis 12 Monate diesen Bullrun weiterhin am Laufen haben würden. Und das ist natürlich eine wichtige Perspektive. Egal, wie stark der Bitcoin-Preis ansteigt, es ist eindeutig, dass der Bullrun sehr wahrscheinlich auch eine längere Zeit eben anhalten wird und dass wir, wenn wir das ATH überwunden haben, auch von diesem Zeitpunkt an weiteres Aufstiegspotenzial haben. Und gerade wenn es um die Aktivität der Adressen geht, dann sieht man hier gerade sehr gut, dass in dem Moment, wo der Bitcoin-Preis auf über 70.000 US-Dollar in den letzten Tagen angestiegen ist, dass sich eben auch größere Wallets, vor allem die, die 1.000 bis 10.000 Bitcoin halten, dazu entschieden haben, weitere BTC-Bestände zu akkumulieren. Diese Adressen haben alleine in den letzten 7 Tagen über 20.000 BTC akkumuliert, also über 1,4 Milliarden US-Dollar ausgegeben, um ihre Positionen zu erweitern. Und das ist natürlich ebenso eine extrem bullische Perspektive. An der Stelle wäre es übrigens total wunderbar, wenn du dir eine Sekunde Zeit nimmst und direkt mal meinen Kanal hier abonnierst. Du bekommst wirklich täglich neue Bitcoin-Inhalte und eben auch Wirtschaftsdaten präsentiert. Du musst also so weniger recherchieren und damit haben wir eine perfekte Win-Win-Situation. Ich danke dir herzlich für deinen Support. Das soll es aber natürlich noch nicht gewesen sein. Es gibt nämlich weitere sehr positive Neuigkeiten, zum Beispiel auch aus dem Repräsentantenhaus in den USA. Dort wurde nämlich das kryptofreundliche Gesetz FIT21 durchgewunken. Wir haben hier nämlich insgesamt eine Mehrheit von 278 zu 136 Stimmen und nun geht dieser Gesetzesentwurf Richtung Senat. Doch was bedeutet das eigentlich? Der FIT21-Gesetzesentwurf oder offiziell Financial Innovation and Technology for the 21 Century Act zielt darauf ab, eine eindeutige regulatorische Struktur für digitale Vermögenswerte in den USA zu etablieren. Und dieser Entwurf wurde von mehreren US-Abgeordneten eingebracht und soll die Zuständigkeit der CFTC und der SEC klar festlegen. Das bedeutet also, man möchte in dem Fall den Rahmen schaffen, damit man wirklich weiß, wer für was eigentlich zuständig ist. Und in dem Fall hat das natürlich auch langfristig massive Auswirkungen, sollte das tatsächlich durchgewunken werden, was aber aktuell noch unklar ist, denn das würde bedeuten, dass wir eine klare regulatorische Struktur haben. Wir haben mehr Rechtssicherheit und natürlich auch in dem Atemzug deutlich mehr Vertrauen der Investoren in verschiedene Assets. Bitcoin, Altcoins, Blockchain, all diese Themen wären deutlich greifbarer für Investoren, die sich an dem Thema hier beteiligen wollen. Außerdem führen natürlich eben auch diese klaren Regeln zu hoffentlich weniger Marktmanipulationen, weniger Betrug und mehr Stabilität. Das wäre natürlich umso positiver, wobei man dabei aber auch beachten sollte, dass natürlich auch in dem Atemzug die Bürokratie deutlich stärker vorangetrieben werden könnte. Natürlich eben auch die Entscheidungsgewalt verschiedener Behörden. Das sollte man nicht unterschätzen. Trotzdem werde ich dich natürlich in dieser Hinsicht weiterhin auf dem Laufenden halten. Das könnte noch ein längerer Prozess werden, aber es ist durchaus eine sehr positive Thematik, denn es gibt hier immer mehr, vor allem Behörden, die sich mit dem Thema beschäftigen und vor allem die nächsten Schritte eben einleiten. Und das ist natürlich durchaus positiv zu betrachten. Gerade wenn es um das Thema Regulatorik geht, dann sollten wir natürlich auch über die ETH-Spotty-TF sprechen. Hier fragen sich ja einige, wann geht es endlich los? Wann gibt es hier die mögliche Entscheidung der SEC? Und dazu hat sich Eric Balchunas einmal geäußert, der Mitarbeiter von Bloomberg Intelligence, der sich bestens mit dem Thema Spot-ETFs auskennt oder allgemein mit den ETFs, die international gelauncht sind. Und in dem Fall hat er ja unter anderem die Wahrscheinlichkeit der Freigabe auf 75% erhöht. Also ist es ziemlich wahrscheinlich, dass diese Produkte heute noch durchgewunken werden. Sie werden dann heute natürlich noch nicht handelbar. Das ist dann ein weiterer Schritt, der dann noch unternommen werden muss. In den letzten Tagen gab es hier viele verschiedene Änderungsanträge von den größten Vermögensverwaltern der Welt. Unter anderem sind Bausteine wie Staking aus diesen Anträgen rausgestrichen worden. Und gegen vier amerikanischer Zeit, also 16 Uhr bzw. 22 Uhr deutscher Zeit, könnte es die Entscheidung geben, ob nun positiv oder negativ. Das werden wir noch herausfinden. Sollte es positiv sein, dann könnte es natürlich nochmal eine entsprechend positive Reaktion kryptoseitig geben. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wie viel Inflows sehen wir dann in der nächsten Zeit? Es gab einige Prognosen, die von 15 bis 45 Milliarden US-Dollar an Inflows in ETH eben ausgegangen sind innerhalb der ersten zwölf Monate. Das würde den Markt und alle damit verbundenen Altcoins natürlich ordentlich nach vorne bringen. Und dann stellt sich uns natürlich nur noch die Frage, welchen weiteren ETF wird es dann in Zukunft geben? Folgt dann vielleicht noch Solana, was ja immer mal wieder mit im Gespräch war? Oder gibt es dann einen anderen ETF eines anderen Altcoins? Das wird also eine richtig spannende Thematik und wird uns natürlich auf die nächste Ebene katapultieren. Am Ende möchte ich mit dir noch gerne über die Nvidia-Daten sprechen, die mittlerweile veröffentlicht worden sind. Gestern sind die nämlich online gekommen. Und zum ersten Mal in der Geschichte hat Nvidia eine Marktkapitalisierung von über 2,5 Billionen US-Dollar erreicht. Und um das in Perspektive zu setzen, hier mal verschiedene Daten. Nvidia ist nun also größer als Tesla und Amazon zusammen. Darüber hinaus überstieg die Marktkapitalisierung von Nvidia, die des gesamten deutschen Aktienmarkt ist. Und Nvidia ist damit also größer als die kombinierte Marktkapitalisierung der italienischen und australischen Aktienmärkte. Das ist unglaublich, was Nvidia in den letzten Jahren so hinbekommen hat. Vor 5 Jahren war nämlich die Nvidia-Marktkapitalisierung noch bei ungefähr 100 Milliarden US-Dollar. Heute ist Nvidia das drittgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Und nur noch knapp 17% davon entfernt, größer als Apple zu sein. Die Entwicklung ist also absolut unglaublich. Und die Aktie hat sich nach dieser positiven Quartalsthematik nur noch automatisch Richtung 1.000 US-Dollar pro Aktie bewegt. Und nun ist die Idee, einen Aktiensplit durchzuführen im Verhältnis 10 zu 1. In dem Fall erzielte Nvidia einen Rekordumsatz von 26 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie von 6,12 Dollar. Beide Werte lagen deutlich über den eigentlichen Erwartungen. Und das entspricht eben einer Umsatzsteigerung von über 260% im Jahresvergleich für das drittgrößte Unternehmen der Welt. Und jetzt stell dir mal vor, du hättest in der Vergangenheit in Nvidia investiert. Dann würdest du seit dem Börsengang über 245.000% gemacht haben. Das würde also bedeuten, dass du mit 100.000 US-Dollar Investment 1999 mittlerweile auf stolze 245 Millionen US-Dollar blicken könntest. Und selbst eine Investition vor 10 Jahren mit 100.000 US-Dollar würde dazu führen, dass du heute auf 21 Millionen US-Dollar blicken könntest. Das ist unglaublich. Und man darf dabei natürlich auch die Verhältnismäßigkeit nicht vergessen bzw. den Einfluss, den Nvidia haben wird. Denn gerade das Thema KI, also AI, ist natürlich damit ganz stark eben abgedeckt. Sie haben ja letztendlich Prozessoren und GPUs usw. aufgebaut und entwickelt, die gerade in diesen Markt eingreifen. Und umso interessanter wird natürlich eben auch das, was sich daraus entwickelt, wie verschiedene AI und KI-Coins in Zukunft dann eben auch laufen. Das könnte also extrem spannend werden. Deswegen sollte man diesen Sektor natürlich auch weiterhin im Auge behalten. Mich würde am Ende des Videos natürlich noch deine Meinung zu den verschiedenen Themen interessieren. Schreib es also gerne mal unten in die Kommentare. Und du solltest noch eine Sekunde dranbleiben. Wenn du mich nämlich unterstützen möchtest, dann solltest du unbedingt mal unten in die Videobeschreibung gucken. Hier findest du unter anderem den Link von Margex oder eben auch von Bitpanda, falls du eine Exchange suchst. Du kannst hier zum Beispiel aber auch mein Kryptowallet einmal checken, was ich Tag für Tag benutze. Oder eben auch das beste Steuertool, was man sich aktuell organisieren kann. Cointracking, hier bekommst du sofort auf den Einkauf 10%. Und dann findest du hier unten noch meine verschiedenen Social-Media-Links. Die checkst du am besten auch einmal aus. Ansonsten hoffe ich natürlich aber auch, dass dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Morgen geht es weiter mit dem nächsten spannenden Video. Ich freue mich auf dich, hab noch einen wunderbaren Tag und dann sehen und hören wir uns morgen wieder.